Ok Auf der Mauer, auf der da oben? Mhm Wie kannst du eigentlich meinen Text heute drum machen? Sehr, sehr gut Ja, dann ziehen wir durch, go 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 LOL Verloch Du hast die Bombe grün Ja, verloch Der ist nicht pushy pushy hier, ne? Ich geh Cut Ass, ich geh Cut Ass Hey, der einmal Cut Ass Cut Ass, einer Ja, ich brauche Hilfe Bin wieder auf B drauf Der ist weg, der muss lower sein Mitte auf Hits Du machst das Flawless Victory